Seid gegrüßt zu Survival Games Unutem Die Portante zu erwähnende Wir spielen Teams verboten natürlich Und zwar ist die new map Isla del Rosa Wir spielen Team Weißt du zwei Bögen Arsch Ich würde sehr gerne Nach dem Waffen Achso eine drin Habe ich hier schon? Ja Das habe ich schon noch Okay Damit Äh Schicke Tür Auch schon Da jetzt zunächst Das hier ist es wiederum Sinnvoll Ich sehe einfach so 10.000 Kisten stehen Ich stelle den Baum noch mit Ich sehe einfach so 10.000 Kisten stehen Ich stelle den Baum noch mit Nein oder nicht Ich hätte jetzt erwartet dass die irgendwas machen Gehen wir mal genau Das ist eine neue Kiste Gehen wir mal genau Das ist eine neue Kiste Einfach nur Aber noch richtig gesehen Dass ich mich so richtig blöd angestellt habe Ich hätte mich so oft Unnötig hauen lassen Guck mal Das ist ein paar auf den Tablets Gibt's so was machen Und dann ist es ja früher mal ein Building Ich habe das Ich habe das Anfänger Ich habe das Ich habe das Das ist schön Ich habe das Einfach Ich habe das Ich habe das Das Tun wir das nachher unten und tun wir das nachher unten, das tun wir nach oben. Das nachher hinten, sonst wird halt ein wenig sortiert. Schmerz. Schmerz. Wir gehen mal in diesen Turm rein rufen. Ja, als ob. Das sind die Die Was wir auch haben. Oh man hat doch gar kein Zäbel. War ja dahinten irgendwo. Die möchte ich ja noch nicht dahinten. Komm, wiederum. Gehen wir mal mit, vorsichtshalber. Möchtet hier einer so viel Fechter, dass er nur ein Holzschwert findet. Halt. Mein Essen. Was? Auf jeden Fall nicht. Hier ist glaube ich irgendwo diese sogenannte Kraft-Table. Hier doch, oder? Oh hier was. Und da machen wir uns eine Eisenschwerte. So, jetzt werfen wir hier mal alles weg. So. Und dann. Heuf, heuf. So. Jetzt erfasst ihr in. Wieso bist du? Ah, geht. Könnte besser sein. Aber wir machen ein bisschen mehr Damage. Und haben keine Pfeile. Unsere Bege. Das wäre so, bis zum dm nicht in Einkampf zu geraten eigentlich. Was ist eigentlich hier drinne? Nix wahrscheinlich. Oh, doch. Da ist ja genau das drin. Das ist ja so nice. Ich muss rennen. Weil ich will nicht angeschwächt ins dm gehen. Aber bei meinem Glück ist es dann immer diese kleine Arena. Wenn du dann halt direkt verkackt hast, wenn du im Lauw bist. Ah, jetzt ist die große Arena gut. Ich lass dir erstmal machen. Ich mach mal zu dem hier. Snack den hier. Mann, was ein Abstaubar. Ich würde sagen, egal. Ah, ein halbes Herz. Sonst hätte ich ihn getötet. Egal, das war's in dieser Runde. Und wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Tschau.